Ah, das ist doch mal ein wundervoller Start in die Folge. Herzlich willkommen zurück zu F1 2017. Wir sind heute beim Rennen in Österreich angekommen und beginnen direkt mal mit einem fehlgeschlagenen Upgrade. Das tut echt unheimlich weh. Das Upgrade-Tempo ist eh schon so langsam in diesem Spiel und dann passiert es jetzt, glaube ich, schon zum zweiten Mal, dass ein Upgrade nicht ankommt. Aber immerhin sind nicht nur wir langsam im Upgraden. Das ist allgemein jeder. Das ist einfach hier 2017 so gewesen. Deshalb ist es kein Drama, aber es ist trotzdem bitter, zumal wir jetzt 500 Ressourcenpunkte weghauen müssen. Und ich sag's mal so, die wachsen hier auch nicht auf Bäumen in dem Spiel, die Ressourcenpunkte. Immerhin wird das Upgrade dann sicher beim nächsten Mal in Silverstone ankommen. Boah, das ist auch der Wahnsinn, wie stark die Komponenten verschleißen. Wir haben schon drei Verbrennungsmotoren bei über 50%. Nach gerade mal acht Rennen. Oh, Regen hier zu Beginn von Q1. Das ist aber an sich eine coole Sache, weil wir eigentlich im Regen sogar stärker waren meistens als im Trockenen. Soll's denn die ganze Zeit über durchregnen oder wie sieht's aus? Im Rennen wird's auf jeden Fall trocken, aber hier im Qualifying bleibt's noch eine Weile nass. Obwohl in 15 Minuten soll der Regen schon aufhören. Dann warten wir mal. Vielleicht kann man am Ende ja dann auf Slicks rausfahren. Oh ja, das war eine sehr gute Entscheidung zu warten. Die Strecke ist jetzt auf jeden Fall bereit für Slicks. Aber wir haben nur eine einzige Runde. Die muss passen. Oh ja, sehr, sehr ordentliche Runde bis hierhin. Die wird im Normalfall reichen, um uns weiterzubringen. Ganz, ganz viele sind an der Box geblieben jetzt am Ende. Unter anderem auch Checko. Ich weiß nicht so ganz, was die vorhaben. Übrigens war's im Training lustigerweise so, dass wir hier in diesen letzten beiden Kurven verdammt stark waren. Das kennt man ja so aus den neueren Spielen gar nicht. Da ist das eher eine Schwachstelle über die Linie. Und dann kommen wir, oh, auf Platz 13 weiter. Also gar nicht mal so komfortabel. Aber es reicht. Uns fehlen aber ganze Achtzehntel auf Checko. Obwohl der ganz am Ende nicht mehr auf der Strecke war. Das ist interessant. Verstappen schafft's weiter mit den Supersofts vor uns. Das ist ja auch nicht so gut, weil die Red Bulls schon normalerweise in unserem Bereich waren. Und jetzt ist der mit härteren Reifen schneller. Wen hat's denn hier hinten erwischt? Sainz im Torosso. Stroll im Williams. Das erwartet man nicht so unbedingt. Oh ja, besser als in Q1 so vom Gefühl. Herr Kleiner Fehler jetzt nochmal in der letzten Kurve. Aber das wird nicht allzu viel Zeit gekostet haben. Eine 1.08.2. Das ist um Welten schneller als vorhin. Sehr stark. Und so viele sind da letztendlich auch gar nicht mehr rangekommen. Nur die Spitzenjungs haben wir vor uns. Aber das ist ja zu erwarten. Dafür sind die Red Bulls jetzt mal da, wo ich sie gerne hätte. Alonso schafft's mal wieder in Q3 mit diesem McLaren. Das ist nicht mal so eine Seltenheit. Echt Wahnsinn, was der immer wieder rausholt aus diesem Auto. Vettel wird auf den Supersofts starten. Mal gucken, wie sich das dann entwickeln wird im Laufe des Rennens. Oh, ganz am Ende der Session könnte es wieder anfangen zu regnen. Dann mal schnell raus auf die Strecke. Ah, falls wir wirklich wegen des Regens keine Runde mehr bekommen sollten, dann wäre das ein bisschen schade. Das hier, oi, 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 war nämlich nicht ganz so toll. Eine niedrige 1.08.2. Werden wir schon brauchen, um diesen Best-of-the-Rest Platz 5 klar machen zu können. Was? Das war unsere beste Zeit bisher. Lol. Das kam mir ja ganz anders vor. Das war echt keine tolle Runde. Da steckt noch mehr drin. Wir glauben, dass es bald zu regnen beginnen wird. Ich halte dich auf dem Laufenden, wie sich die Bedingungen ändern. Ich halte dich auf. Untertitelung. BR 2018 Oh ja, nochmal ein bisschen besser. Das könnte in Richtung 1-7er-Zeit gehen. Ah nein, gelingt leider nicht ganz. Schade. Zweitausendstel zu langsam. Aber dennoch war das eine starke letzte Runde, die reichen müsste für Platz 5. Eventuell Verstappen haben wir aktuell hinter uns. Oh, let's go. Es ist sogar ein bisschen besser als Platz 5. Zweite Startreihe hier am Red Bull Ring. Vierter Platz, weil Kimi irgendwie gar nichts auf die Reihe bekommen hat. Der war fast eine Sekunde langsamer als sein Teamkollege. Da muss irgendwas schiefgelaufen sein, aber das nimmt man natürlich gerne mit. Wir sind mal wieder dran an den Spitzenjungs und können mal wieder so ein bisschen lauern, wie in jedem Rennen bisher. Wenn dann irgendwas schiefläuft, wer weiß. Dann ist eventuell wieder ein Podium drin. Das würde schon mal wieder gut tun. Vor allem nach dem ganz bitteren Rennen zuletzt in Baku. Valtteri Bottas startet von der Pole Position. Und daneben auf P2 steht Sebastian Vettel. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Hamilton und Einforce India, Daniel Ricciardo und Verstappen. Räikkönen, Alonso, Perez und Philippe Massa. Magnussen, Grosjean, Nico Hülkenberg und Quert. Van Dorn, Sainz Junior, Lance Stroll und Jolion Palmer. Ericsson und Pascal Wehrlein macht die Startaufstellung komplett. Und jetzt wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Ich gehe fast davon aus, dass uns eine Zwei-Stop heute vorgeschlagen wird, oder? Nee, tatsächlich nicht. Wir haben hier nämlich die weichesten Reifenmischungen zur Auswahl. Deshalb bin ich davon ausgegangen, aber... Ja gut, die beiden geben sich halt nicht viel, ne? Da müssen wir dann mal schauen. Es kann auch gut sein, dass eine Zwei-Stop mehr Sinn macht. Ich meine, überholen kann man auf dieser Strecke. Das ist absolut nicht das Problem. Stellen wir das Benzin noch ein bisschen runter und dann geht es direkt rein in das neunte Rennen dieser Saison hier in Spielberg. Da gehen die Ampeln ein bisschen schneller aus als erwartet. Dennoch erwischen wir den guten Start. Einen besseren als Sebastian Vettel auf seinen Supersoft-Reifen, die er ja verwenden muss, weil er Q2 mit diesen bestritten hat. Das wurde da ganz, ganz eng zwischen den beiden mehrmaligen Weltmeistern Hamilton und Vettel in Kurve 1. Das können wir ausnutzen und können uns vielleicht auch direkt Lewis schnappen, während Potters da vorne von der Pole aus ein ganz schön entspanntes Leben hatte. Außenrum vorbei. Jetzt vielleicht an Hamilton. Was macht der denn hier? Ich habe keine Ahnung. Hat der ein bisschen was getrunken vor dem Rennen? Das würde diese Aktion erklären. Vielleicht jetzt außenrum. Oh, das ist in dieser Kurve immer nicht ganz so geil. Im Real Life gibt es hier ja häufig Kollisionen. Aber hier in-game scheint das gut zu funktionieren. Wir sind auf Position 2 dieses Rennens hier. Was ein genialer Start. Obwohl wir gar nicht so viel richtig gemacht haben, habe ich das Gefühl. Die anderen haben einfach Fehler gemacht und die haben wir direkt eiskalt bestraft. Allerdings fürchte ich, dass die Pace jetzt nicht ausreichen wird, um so einen Hamilton auf Dauer hinter uns zu halten. Aber solange das möglich ist, werde ich alles probieren. Okay, wir flage direkt mal etwas weiter hin. Da ist irgendjemand an der Box, oder? War das nicht sogar unser Teammate? Oh, sag mir nicht, dass auch hier diese Boxen einfach zu so einem Problem wird, wie in den neueren Spielen. Checo versucht da einen der Haas anzugreifen. Oh, und dann ist das ein ganz frustrierender, richtig langsamer Dreher. Und der ist nicht an der Box, kommt aber jetzt hoffentlich an die Box und fährt nicht noch eine komplette Runde ohne Frontflügel. Oh nein, der fährt tatsächlich noch eine Runde. Ach komm schon, ich habe es aber irgendwie befürchtet. Oh, die Pace ist überraschend gut. Lila jetzt im Mittelsektor und Bottas kann sich auch gar nicht so krass absetzen, wie ich das befürchtet habe. Tatsächlich schnellste Rennrunde von uns. Klar, es ist erst Runde 2, aber dennoch bedeutet das, dass wir die Schnellsten waren hier aus dieser Spitzengruppe. Come on, hier kann richtig was gehen heute. Ja, das ist nicht so wie manche andere Rennen. Da wäre Bottas jetzt schon 5 Sekunden vor uns gewesen. So extrem haben wir das ja wirklich hier und da mal erlebt. Aber heute ist das anders. Heute können wir mithalten und wären jetzt sogar im DRS-Fenster. Oh ja, da ist das DRS auf Hamilton. Das wird uns auch den Vorteil verschaffen gegen Hamilton, der hier voll Druck macht. Schön ran bremsen jetzt in der H-Nadelkurve. Und dann kann vielleicht auf der nächsten gerade etwas gehen. Auf der ersten hier in Richtung H-Nadel gab es damals noch kein DRS. Somit ist das hier jetzt vielleicht die beste Überholmöglichkeit. Noch sind wir aber ein bisschen zu weit weg. Wir sind hier aber richtig am Fliegen. Nur die beiden Mercedes haben so eine gute Pace wie wir und vor allem Hamilton. Dahinter ist schon eine Riesenlücke. Ich habe sogar den Eindruck, dass Louis noch ein bisschen schneller kann als wir. Der Langsamste hier in diesem Grüppchen ist auf jeden Fall Bottas an der Spitze. Der jetzt auch verteidigt in Kurve 1 hinein. Das wird das Ganze ein bisschen langsam machen. Der wird bestimmt keinen optimalen Ausgang erwischen. Wodurch wir jetzt vielleicht die Chance haben, hier aus dem Windschatten heraus was zu probieren. Und die Führung dieses Rennens zu übernehmen. Jeff, das ist doch nicht dein Ernst, dass du mich jetzt mit dem Benzin vorlaberst außenrum vorbei. Anwalt Jerry Bottas fasst das Auto verloren da außen in der Kurve. Aber alles geht gut. Das DRS holen wir uns auch noch und führen das Rennen hier in Österreich jetzt an. Wow, was für ein Auftakt. Wo kommt das her? Das habe ich echt überhaupt nicht erwartet. Und danach sah es ja auch im Qualifying zum Beispiel überhaupt nicht aus. Die waren eine Sekunde schneller als wir oder so auf eine Runde. Die lassen sich aber ganz und gar nicht abschütteln. Kommt vielleicht jetzt der Konter von Bottas? Nee, noch nicht. Aber mit dem wird zu rechnen sein. Oh ja, da kommt weitere jetzt angeschossen in unserem Windschatten. Probiert es an derselben Stelle, an der wir ihn vorhin überholt haben. Mal sehen, ob es uns besser gelingt, hier zu verteidigen. Oh, Fett hat ein Problem mit seinem Auto. Das ist gut. Der wird sich hier vorne also erstmal nicht einmischen. Gelbe Flagge auch. Da scheint ordentlich was schief zu laufen bei Sepp. Während Bottas jetzt erstmal... Oh, wieder vorbeizieht mit dem DHS und dann gefühlt fast stehen bleibt. Was war das denn? Was ist hier bei Fett los? Der versucht, Riccardo zu überholen. Oh, da ist aber schon der Reifen beschädigt bei ihm vorne rechts. Wodurch er die Kurve natürlich nicht bekommen kann. Moment mal, was ist mit Riccardo passiert in der Situation? Der hatte da Riesenglück. Wäre er ein bisschen weiter vorne gewesen, dann hätte Sepp ihn voll mitgenommen. Ja, jetzt scheinen die Silberpfeile ernst zu machen. Fettel wurde disqualifiziert. Der stand bis eben immer noch hier in dieser Haarnadelkurve. Oh, das ist natürlich interessant. Somit haben wir die Chance, ein paar Punkte gut zu machen auf Sepp. In der... Ja, Safety Car. Besser ist es. Oder VSC. Es ist nur ein VSC. Wir haben die Chance, Punkte auf ihn gut zu machen in der WM. Habe ich das gerade noch zu Ende gesprochen oder nicht? Keine Ahnung. Jetzt sind die Mercedes erstmal wieder vorbei. Boah, das war gerade knapp. Fettel stand da ja fast auf der Strecke. Wann wäre unser Stop geplant für diese einen Stop? In Runde 13. Wir sind in Runde 9. Boah, ich glaube, wenn das VSC immer noch da ist, wenn wir an der Boxeneinfahrt sind, dann kommen wir jetzt rein. Ich glaube, das lohnt sich. VSC zu Ende. Aber jetzt erst. Wer weiß. Vielleicht können wir noch einen kleinen Vorteil dadurch erhaschen. Dasselbe hat scheinbar auch Valtteri Bottas vor, der hier an die Box kommt. Oder vielleicht war das auch seine... Durchfahrtsstrafe. Durchfahrtsstrafe. Los, los, los. Hä? Rasen während des VSCs. Damit haben wir unsere Strategie durch. Okay. Ich... Keine Ahnung. Ich bin irgendwie davon ausgegangen, dass das an der Boxeneinfahrt dann kein... kein Problem ist. Warum auch immer. Aber das ist natürlich ganz zoller. Und wir kommen auch direkt hinter so einer Riesengruppe raus. Während Bottas unmittelbar davor unterwegs ist. Eieiei. Das war jetzt ganz schlecht für unser Rennen. Wären wir doch lieber einfach draußen geblieben. Guter Ausgang jetzt aber auf den frischen Reifen. Hier aus der Haarnadelkurve. Wir haben das DRS auf Dani Quirat. Den wir uns jetzt schnappen können. Außenrum hier in dieser Kurve. Das ist nicht ganz so easy. Aber wir sind wirklich viel schneller als die Jungs hier in diesem Bereich. Somit schaffen wir es. Boah. Das... Das tut wirklich weh. Das Tempo, was die hier an den Tag legen. Irgendwie wird von dieser Durchfahrtsstrafe übrigens nichts mehr angezeigt. Also wer weiß. Vielleicht sind wir ja irgendwie... Ah doch. Okay. Mit einem blauen Auge davon gekommen wollte ich sagen. Aber nein. Und ich würde vorschlagen, wir kommen auch direkt rein. Bevor wir jetzt ewig hier festhängen wegen diesen Duellen. Oh man. Von einer Siegchance zu gar nichts. Innerhalb von einer Sekunde. Super. Platz 18 wird es sein. Nur vor Tscheco. Die beiden vor Sindias auf den letzten beiden Positionen. Was für ein bitteres Rennen. Da stoppen jetzt einige Jungs. Eriksson und noch jemand. Die schnappen wir uns natürlich. Platz 16 immerhin. Oh ja. Ich dachte mir schon. Das wird knapp zwischen den beiden. Und da gab es tatsächlich eine Berührung. Grosjean erwischt es in der vorletzten Kurve. Und wir haben ein Safety Car durch diese Aktion. Oh das ist genial. Das ist genial. Ich glaube eine Wiederholung müssen wir uns nicht anschauen. Das ist das, was Tscheco vorhin auch passiert ist. Da können wir uns noch vor Alonso schieben. Hier ganz frech. Ne. Das wird nichts mehr. Aber das Safety Car rettet uns natürlich. Vielleicht so sind wir wieder halbwegs zurück im Rennen. Oh was geht hier ab? Warum sind die so langsam? Schließt doch auf. Ja hallo. Massa da vorne. Was macht der denn? Das ist noch voll die riesen Lücke zu den ganzen Spitzenjungs. Von denen übrigens nicht so viele an die Box kommen. Einige sind drin. Aber auf jeden Fall nicht alle. Wie man das vielleicht erwarten würde. Jetzt bei so einer Safety Car Phase. Pascal Wehrlein hier vorne kommt auch rein. Den werden wir uns schnappen. Und noch einige weitere. Ja ja. Jetzt sind wir echt wieder da. Jetzt sind wir wieder am Start in diesem Rennen. Das ist das bisschen Glück was wir gebraucht haben. Position 8 jetzt schon. Und da haben noch nicht alle gestoppt vorne. Oder vielleicht haben die das schon nur halt vorhin. Und nicht jetzt während des Safety Car. Das kann auch gut sein. Alles hatte ich da natürlich nicht im Blick. Aber dennoch sind wir auf einem guten achten Platz. Die Pace ist stark. So ein Alonso vor uns. Der sollte kein Problem werden zum Beispiel. Und auch die Jungs da. Wir waren ja sauschnell. Nur die Mercedes konnten uns das Wasser reichen in der Anfangsphase. Bei Felipe am Auto sehe ich zum Beispiel auch die roten Supersofts. Ich bezweifle, dass man mit denen durchfahren kann, oder? Durchfahren kann man glaube ich jetzt wirklich nur mit den gelben. In dieser Phase. Das Safety Car verzieht sich an die Box am Ende von Runde 16. Wenn wir es clever anstellen, können wir uns vielleicht Fernando schnappen. Hier in diesen letzten beiden Kurven. Je nachdem wann der führende Gas gibt. Naja, ich finde das war nicht schlecht gemacht. Aber keine Chance da jetzt schon zu überholen. Dennoch sieht das nach einem soliden Restart aus. Jetzt gibt es bald richtig Action hier in diesem Rennen. Davon gehe ich zumindest mal aus. Oh ja, und da vorne geht es auch schon los. Einer der Ferraris, das muss ja Kimi sein, versucht Verstappen anzugreifen, wenn ich es richtig erkannt habe. Das ist allerdings nicht so ganz gelungen. Ist nur unfassbar langsam geworden. Und auch die Gruppe dahinter wurde ein bisschen aufgehalten, während wir jetzt... Ah, warum gehe ich hier nach außen? Keine Ahnung, voll die dumme Idee. Während wir die Chance gegen Alonso haben, wollte ich sagen. Verstappen ist da abseits der Strecke. Warum auch immer. Da muss wieder irgendwas schief gelaufen sein gegen Kimi. Den schnappen wir uns somit schon mal. Und haben jetzt erneut die Chance gegen Fernando. Sind diesmal innen. Oh, das ist in dieser Kurve schwierig. Hier verbremst man sich so unfassbar leicht. Aber das sieht richtig gut aus. Gegen Fernando Alonso, der eh wahnsinnig gut unterwegs ist. Das ist so ein schlechtes Auto, dieser McLaren. Und der fährt hier innerhalb der Punkte mit. Wirklich unglaublich. Felipe Massa ist als nächster an der Reihe. Ich weiß nicht, ob der auf Supersofts losgefahren ist oder ob der schon einen Stopp erledigt hat. Auf jeden Fall wird er aber nochmal reinkommen müssen. Oh, Tscheco ist jetzt nochmal an der Box. Das ist natürlich ein dämliches Timing. So kurz nach dem Safety Car. Vorne geht es ab zwischen Ricardo und Kimi. Und hier gleich vielleicht zwischen Massa und uns. Mal sehen. Der Williams ist natürlich auch keine Schnecke auf der Gerade. Das ist völlig klar. Und das macht sich ja auch bemerkbar. Da müssen wir schon näher an Felipe dran sein, um eine Chance zu haben. Oh, Verbremser oder Motorschaden? Nee, ein riesen fetter Verbremser von Felipe Massa. So kann es natürlich auch gehen. Die beiden schenken sich wirklich gar nichts. Kimi und Ricardo. Rad an Rad. Jetzt in Kurve 1 hinein. Das kostet immer Zeit. So allmählich sind wir da mal dran. Obwohl die wirklich schnell sind. Oh, da ist noch jemand an der Box. Hamilton. Hamilton konnte nicht durchfahren. Okay. Oh, dann Bottas vielleicht auch nicht, oder? Ich kann mir nicht vorstellen, dass Mercedes die Strategien da so krass splittet. Somit wird Kimi dann das Rennen anführen. Ricardo ist Zweiter und wir Dritter. Ja, genau so ist es auch. Walter Ribottas kommt an die Box. Und somit übernehmen wir in Runde 22 von 36 eine Podiumsplatzierung. Nachdem wir eine Durchfahrtsstrafe schon machen mussten hier in diesem Rennen. Das ist der Wahnsinn. Es kann vielleicht noch mehr gehen. Der Iceman da vorne ist schon sehr schnell. Aber Ricardo hat eine ähnliche Pace wie wir. Wenn wir dann nur mal ins DRS-Fenster kommen, dann kann was gehen. Ja, 1,1 Sekunden. Komm schon. Ja, 9 Zehntel. Aber das hat noch nicht ganz gereicht. Ja, noch eine gute Runde. Und dann haben wir das DRS. Obwohl das hier halt jetzt leider der Red Bull-Abschnitt ist. Dafür sind wir im ersten Sektor saustark. Oh ja, 7 Zehntel. Das wird jetzt reichen fürs DRS. Wir haben uns rangekämpft an Daniel Ricardo. Jetzt heißt es dranbleiben. Und dann auch die Chance nutzen, wenn sich eine ergibt. Oh ja, das kann es jetzt sein. Wir sind jetzt schon richtig nah dran. Am Australier. Und haben dann gleich noch das DRS nach der Haarnadel. Wieder auch im ersten Sektor richtig schön rangebremst. Aber reicht das schon? Ich weiß es nicht. Die Gerade hier ist natürlich nicht die längste. Dafür ist der Topspeed vom Red Bull auch nicht der beste. Aber nein, da müssen wir noch näher dran sein. Die große Challenge ist es jetzt hier im Mittelsektor. Irgendwie dran zu bleiben. Das ist nicht leicht. Okay, beflagge. Da ist irgendjemand neben der Strecke. Philippe Massa scheidet aus. Ah, bitter für ihn. Leider will das irgendwie nicht gelingen gegen Daniel. Der ist einfach echt konstant. Super schnell. Jetzt haben wir auch das DRS wieder verloren. Ich glaube, wir müssen uns darauf konzentrieren, das Podium hier klar zu machen. Das wird vor allem gegen die Mercedes nicht ganz so leicht. Die werden hier schon noch rankommen, denke ich mal. Oh, oh. Hamilton ist vorbei. Anfasst Dappen ist auf Position 4 hier in diesem Rennen. Hoffentlich kann Max noch mal kontern oder so. Kann ihn ein bisschen Zeit kosten. Das sind noch drei Runden. Und Lewis ist offensichtlich sehr schnell. Und wir hier gerade nicht mehr so unbedingt. Drei Sekunden sind es nur noch. Oh, oh. 1,9. Das wird noch mal den Angriff geben. Gleich in der letzten Runde. Unsere Reifen sind halt mittlerweile auch nicht mehr das wahre. Wir haben die seit Runde 9 am Auto. Da sind die frischen Supersofts. Und so ein Mercedes natürlich die bessere Kombi. Ah, Lewis ist dran. Das wird bestimmt jetzt gleich was geben. Auf Start und Ziel. Volle Konzentration. Das können wir schaffen mit unserem starken Topspeed. Aber es darf jetzt kein Fehler passieren in so einer wichtigen Kurve. Vor einer gerade. Oh, das war fast ein bisschen weit draußen hier in der letzten Kurve. Gibt das hier schon den Angriff von Lewis Hamilton? Nein, noch nicht erwartet. Das ist auch aus seiner Sicht, glaube ich, schlauer. Weil er dann nicht hier hätte ausgekontert werden können. Jetzt wird aber was kommen vom Mercedes-Piloten. Vermutlich außen in der Haarnadelkurve. Zumindest zwingen wir ihn da ganz nach außen. Oh Gott, kann der spät bremsen mit seinen Supersofts. Wir versuchen es auch so spät wie möglich. Aber natürlich den Platz lassen zum Überleben. Das hat geklappt. Letzte Möglichkeit jetzt für Lewis Hamilton im Kampf um ein Podium. Hier in Spielberg. Oh! Ach so. Lol. Hä, was hatte der denn davor? Ich habe damit gerechnet, dass er halt nach außen zieht. Ja, das macht er auch. Aber völlig halbherzig. Halbherzig. Und dann schießt er uns einfach hinten rein. Beschädigt sich einen Teil des Frontflügels. Aber, oh, da wird gleich nochmal ein Angriff kommen, so wie das hier aussieht. Allerdings müsste der Schaden ihn doch jetzt beeinträchtigen. Vor allem hier in den Kurven. Also ich glaube nicht, dass wir uns dafür die Schuld geben können, oder? Also klar kann er später bremsen mit seinen weicheren Reifen. Das ist klar. Aber da muss er halt dann drauf achten. Das war jetzt nicht irgendwie unfassbar früh gebremst. Kimi Räikkönen gewinnt dieses Rennen und wir kommen durch die letzten beiden Kurven. Was für eine Achterbahnfahrt. Erst führen wir das Rennen an, dann ging es fast ganz nach hinten durch die Durchfahrtsstrafe. Und am Ende kommen wir über die Linie, holen ein weiteres Podium hier in dieser Saison. Sehr stark. Wir machen Punkte gut auf beide Mercedes und auf Vettel, der ja nicht mal ins Ziel gekommen ist. Egal wo man hingeht, überall auf der Welt dominieren die Flaggen mit dem springenden Pferd. Und auch heute sind sie wieder sehr zahlreich zu sehen. Ferrari steht einmal mehr an der Spitze. Ich vermute mit ein bisschen mehr Glück hätte auch Platz 2 drin sein können, wenn wir halt an Daniel vorbeigekommen wären in diesen 1-2 Runden, als wir ganz nah dran waren. Aber insgesamt war er schon klar schneller und Kimi sowieso, der gewinnt das Rennen hier von der 7 aus. Wahnsinnsleistung von ihm. Cecho holt immerhin noch einen 9. Platz. Das ist auch richtig gut. Nach der Kollision und dem Frontflügelschaden direkt zu Beginn, sich noch so zurückzufalten. Das kann sich echt sehen lassen. Gar kein schlechtes Rennen von ihm. In der Fahrer-WM sieht das Ganze jetzt so aus. Da überholen wir Vettel durch dessen DNF oder Disqualifikation, wie auch immer. Und sind jetzt 32 Punkte hinter Kimi. Es ist schon der Wahnsinn, wie wir uns irgendwie so in Schlagdistanz halten. Die können sich nicht entscheidend absetzen, die Jungs da vorne. Obwohl wir erst ein Rennen gewonnen haben. Aber da waren halt immer konstante Punkte dabei. Hier und da mal ein Podium. Baku war das einzige schlechte Rennen bisher. Wenn es so weitergeht, dann wer weiß. Aber dafür müssen halt auch mal Upgrades ankommen. Weil sonst, von der reinen Pace her, machen wir eigentlich nichts gegen die. Das hat man ja gegen Kimi ganz gut gesehen. Wenn da alles zusammenkommt, dann sind die Ferraris und Mercedes klar schneller. Aber das, was am Ende zählt, sind die Punkte. Und die sehen nicht so verkehrt aus für uns. In der Konstrukteurs-WM ist das Platz 3 nach wie vor. Oh, Teamaufstieg. Wir wurden zum ersten Fahrer befördert. Was bringt das? Eigentlich nichts, oder? Wird mit einem weiteren Bonus nach jedem Rennen belohnt. Vielleicht das Coolste wäre, wenn wir halt mehr Ressourcenpunkte bekommen würden. Aber ansonsten bringt das nicht so viel. Dennoch eine schöne Sache. Und von den Ergebnissen her haben wir uns das ja auch auf jeden Fall verdient. Und das war es jetzt auch schon von dieser Folge von F1 2017. Lasst gerne den Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal in Silverstone wieder. Was übrigens in der alten F1 2017 Karriere damals das letzte Rennen schon war. Also haben wir es da dann immerhin schon mal so weit geschafft wie damals. Und es wird auch noch viel weiter gehen. Das ist ja völlig klar. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein!